Außerirdische Lebewesen kommen nicht aus dem Sonnensystem, die müssen also von weiter her kommen. Und dann knallt so ein Teil in der Wüste. Dann muss ich mich wirklich fragen, hört mal, was seid ihr denn für Außerirdische? Ihr fliegt Billionen oder Billiarden oder Trillionen von Kilometern durchs Universum, könnt da die tollsten Gefahren überstehen und dann kriegt ihr eure Scheibe nicht mehr in der Wüste gelandet? Also bitteschön, also mit denen habe ich überhaupt nichts zu tun. Was seid ihr denn für Penner?